hi und herzlich willkommen zurück auf der r3s des rc3 in monheim wir sind erreichbar im irc auf hackend im channel rc3-r3s auf twitter und mastodon mit dem hashtag rc3r3s und auf mastodon zusätzlich mit unserem handle at r3s at chaos.social unser nächster gast kommt gar nicht so weit her hat sich deswegen auch netterweise bereit erklärt persönlich zu erscheinen er kommt aus langenfeld das ist tatsächlich ein etwas ambitionierten fußmarsch von von monheim weg er ist beim verein freie software freunde e.v macht so ein bisschen aktivismus im vorgespräch hat sich herausgestellt er macht so lange aktivismus wie es mich gibt nämlich seit 21 jahren er ist rechtsanwalt also einen großen virtuellen applaus für dr michael stehmann guten tag ich freue mich natürlich auf dieser veranstaltung auch einen vortrag halten zu dürfen hätte ich wahrscheinlich nicht gemacht wenn es tatsächlich in die große veranstaltung in leipzig gewesen wäre aber monheim da kann man schon mal auftauchen mal ganz kurz vorgestellt vom beruf bin ich rechtsanwalt habe die übliche juristische ausbildung durchlaufen und war dann zunächst einmal angestellter anwalt in langenfeld wohnen tue ich in düsseldorf wo ich auch geboren bin gar nicht mal so weit von meinem geburtsort weg und bin seit märz 1999 als selbstständiger rechtsanwalt in langenfeld rheinland tätig habe so ein paar dinge die ich so tue ich war bin mitglied des legal networks der fsfe und lausche dort die beziehungsweise schau mir die diskussionen an die dort geführt werden ich bin im initial committer und mitglied des projekt management committees des apache open office projektes und hoffentlich nicht mehr lange vorsitzende des vereins freie software freunde e.v weil der vorsitzende müssen auch mal wechseln eine kurze übersicht worum es heute geht also einmal werde ich erzählen was ist freie software und dabei auch erörtern welche lizenzen es gibt aber besonders am herzen liegt mir zu erzählen was hat denn der anwender davon viele die freie software schon kennen werden vielleicht nichts neues hören die mögen meine ausführungen vielleicht als steinbruch für ihre eigene argumentation verwenden am anfang war alles software frei und leider sind wir aus diesem paradies vertrieben worden und viele probleme vor denen wir heute stehen haben eben mit dem aufkommen von proprietärer software zu tun ja was ist freie software wenn man freie software hört denkt man direkt an firefox und thunderbird man denkt an office suite man denkt an den vlc man denkt an gimp man denkt vielleicht auch an apache web server oder sein lieblings content management system auf gnu linux basierende betriebssysteme kommen einen in den kopf und einige wissen auch dass android auf freie software basiert und dann gibt es auch einen für android ein repository nämlich fdroid die apps die dort sind sind auch alles freie software es gibt wiki systeme und 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 man muss sagen ein großteil dessen was wir heute internet nennen die zion nämlich software wird frei genannt wenn sie unter einer lizenz verbreitet wird die bestimmten anforderungen genügt daraus folgt die lizenz entscheidet ob ein programm frei software ist freiheit ist also eine rechtliche qualität von software das ist insbesondere wichtig für die leute die sich mal mit ausschreibungen und dergleichen befassen und freie software ist wie dargelegt eben kein produkt oder eine produktgruppe sondern beschreibt eben eine rechtliche eigenschaft geld spielt aber keine rolle das sagt selbst richard stallmann freie software kann daher sehr wohl auch kommerzielle software sein eben es gibt auch nicht proprietäre kommerzielle software es gibt auch eine ein großes große unternehmen die sich an der entwicklung freier software energisch beteiligen und auch ihr geschäftsmodell auf freier software basieren lassen ja wir müssen also unterscheiden zwischen einmal einem lizenzmodell von dem wird heute die rede sein und da geht es darum welche rechte und freiheiten hat der lizenznehmer beziehungsweise der anwender einem entwicklungsmodell wie wird programmiert also kathedrale oder bazar v oder agile und eben auch einem geschäftsmodell nämlich der frage womit wird geld verdient das kann auch bei freier software können sehr unterschiedliche bereiche sein also mit medien für freie software kann man geld verdienen mit der auftragsentwicklung mit installation support mit der bündelung freier software mit hardware kann man auch sein geld machen wenn man hardware verkauft schulungen und lehrmaterialien kann man herstellen und verkaufen zertifikationen kann man anbieten und schließlich kann man auch das geld dadurch gewinnen das eben frei software synergien bieten mag kommen wir zu diesen freiheiten die dem nutzer gewährt werden also zum lizenzmodell die kann man kurz zusammenfassen in verstehen verwenden verbreiten verbessern oder auf englisch use study share improve und dass er die erste freiheit ist eben die freiheit das programm für jeden zweck zu benutzen die zweite freiheit ist die zu verstehen wie das programm funktioniert und wie man es für seine ansprüche anpassen kann zu verstehen wie das programm funktioniert ist beispielsweise von interesse für den bildungsbereich für diese freiheit ist der zugang zum quellcode voraussetzung die dritte freiheit ist die freiheit kopien weiter zu verbreiten so man so dass man seinem nächsten weiterhelfen kann wie es genug formuliert und die vierte freiheit ist die freiheit das programm zu verbessern und die verbesserung der öffentlichkeit zur verfügung zu stellen damit die ganze gemeinschaft davon profitieren kann auch für diese freiheit ist der zugang zum quellcode voraussetzung was ist freie software man kann sagen ein programm ist freie software wenn die benutzer alle diese freiheiten haben dann und nur dann es gibt auch noch weitere definitionen von freier software zum beispiel hat die open source initiativ mal so zehn punkte aufgestellt davon sind neun abgeleitet von den debian für software guidelines was nicht verwundern mag denn der bruce parents war ehemaliger projektleiter von debian hat dann diese definition für die osi punkte 1 bis 9 geschrieben und dabei auf wunsch der osi alle debian spezifischen referenzen aus den debian free software guidelines entfernt und free software gegen open source software ausgetauscht und natürlich auch den namen geändert das war es dann schon und so hatte die osi ihre definition die definition ist für die osi deshalb wichtig weil sie nämlich zertifikate und zwar nicht für software sondern für lizenzen anbieten das heißt wenn ich mal was ich nicht tun werde und ich auch keinem anraten kann eine neue lizenz schreiben würde könnte ich mir die von der osi zertifizieren lassen denn die osi ist inhaberin eines art gütesiegels auf dem begriff open source und da die lizenzen die sie zertifizieren dürfen dann den titel open source tragen ja ich habe schon den begriff open source erwähnt frei software open source software da fragen manche leute was ist der unterschied eigentlich gar keiner sieht eigentlich gar keiner sind wirklich synonyme begriffe sie bezeichnen also das gleiche allerdings mit einer unterschiedlichen emotionalen und affektiven wortbedeutung also behalten wir davon nur im kopf ist im prinzip das gleiche mit open source software ist vielleicht eine betonung eines der überlegenheit eines bestimmten entwicklungsprozesses nämlich das basal modell verbunden wie gesagt das ist eine andere kategorie wie wir eben gehört haben und damit scheint es eher die sichtweise der entwickler wieder zu geben während der begriff freie software eben in erster linie die interessen der anwender in den vordergrund stellt es gibt schon eine eine sehr wichtige mailing liste nämlich der bien legal und die da machen sich gedanken leute gedanken wann ist noch eine lizenz für der bien tauglich also entspricht in der bien free software guidelines und da gibt es zum beispiel die haben auch die kriterien die die entwickelt haben haben auch lustige namen da gibt es zum beispiel einen tentacles of evil test und da der besagt dass das versprechen des urhebers urheberrechtsverletzungen zu dulden nach dem motto macht doch was er wollte mich kratzt das nicht eine richtige lizenz eben nicht ersetzen kann weil eben ein späterer rechts nachfolger an diese aussage nicht unbedingt gebunden wäre dann gibt es noch den desert island test und den desident test und da geht es darum natürlich sind entwickler interessiert feedback von den nutzern zu erhalten sei es dass sie sich stolz auf die schulter klopfen können und sagen so und so viele tausend leute benutzen meine software sei es dass sie gerne fehlermeldungen hätten oder sonst was und der bien sagt in der lizenz darf keine kontaktaufnahme verlangt werden also die lizenz darf nicht von der bereitschaft zu einer kontaktaufnahme abhängig gemacht werden da dadurch zum beispiel politisch verfolgte benachteiligt würden also debien sieht das mit der freiheit schon sehr ja strikt wenn man mich fragt welche lizenzen gibt es kann ich nur sagen zu viel viel zu viel deshalb bitte ich auch ganz herzlich alle die mir heute zuhören darum entwickelt die allerbeste software entwickelt die tollste software die geilste software die lustigste software aber entwickelt bitte keine lizenzen mehr es gibt genug es gibt zu viel es gibt eindeutig zu viel es gibt da eine liste eines instituts eines virtuellen instituts übrigens für rechtsfragen der freien und open source software und die haben mal 155 aufgelistet vielleicht sind es inzwischen auch schon wieder ein paar mehr geworden vielleicht ist die liste auch nicht vollständig also nee braucht man nicht wenn man die lizenzen so ein bisschen sortieren will in schubladen packen dann gibt es das kriterium des oder die kategorie des copy left und das ist eine kategorie die von richard stallman entwickelt wurde in quasi ablehnung an lehnung ablehnung ja von copyright und copy left besagt dass eben sämtliche änderungen und weiterentwicklung einer freien software nur unter der gleichen lizenz als freies software weiter gegeben werden dürfen das heißt die software die die du empfangen hast darfst du nur unter der gleichen lizenz auch weiter geben das gilt dann auch für abgeleitete werke und es gibt eben neben lizenzen die keine abweichung von diesem prinzip erlauben die also ein starkes copy left beinhalten auch weniger restriktive lizenzen die ein eher schwaches copy left enthalten und es gibt eben solche die ganz auf diese dieses copy left verzichten lizenzen ohne copy left effekt davon gibt es immerhin 40 bsd artige und 25 sonstige eigentlich braucht man da nur wenig reinzuschreiben deshalb verstehe ich nicht warum es da so viele von gibt aber danach kann der lizenznehmer veränderte version der software unter beliebigen lizenzbedingungen weiter verbreiten also auch in proprietäre software überführen es gibt da sicherlich einige prominente beispiele von bei lizenzen mit strengem copy left effekt ist das eben nicht möglich da verpflichtet sich nämlich der lizenznehmer also im zweifelsfall der der die software nutzt und verändert von der ursprünglichen software abgeleitete werke also verbesserungen änderungen patches ebenfalls nur unter den bedingungen der ursprungs lizenz weiter zu verbreiten auch davon gibt es reichlich nämlich 16 gpl artige und 18 sonstige und das problem ist dass es da untereinander inkompatibilitäten gibt der klassische fall einer solchen inkompatibilität ist dass die gpl also die gnu public license version 2 ja ist also glücklich ist der der eben in seinen lizenz text aufgenommen hat dass er bereit ist auch unter jeder späteren version dieser lizenz seine software zu lizenzieren dann gibt es lizenzen mit beschränkten copy left effekt und da geht es darum dass wenn man modifikation der software in eigenen quellcode dateien realisieren kann also zum beispiel patches dann können diese dateien auch unter anderen zum beispiel proprietären lizenzbedingungen weiter verbreitet werden damit soll eben die kombination von software unter verschiedenen lizenztypen etwas erleichtert werden und auch davon gibt es reichlich nämlich zum beispiel 15 mpl artige und 14 sonstige unter anderem die lesser gnu public license lgpl aber damit ist der zoo noch nicht der zur rundgang noch nicht abgeschlossen es gibt darüber hinaus lizenzen mit wahlmöglichkeiten und lizenzen mit sonderrechten und das sind auch nochmal 27 stück insgesamt davon sind allerdings sechs ein bisschen umstritten also ob sie frei sind oder nicht was hat jetzt der anwender davon denn das ist ja das thema das ich jetzt hier behandle ich meine die wichtigste freiheit für den normal anwender ist wohl die freiheit des programms unbegrenzt und für jeden zweck auszuführen freie software darf man lizenzrechtlich betrachtet zu jeder zeit an jedem ort und für jede tätigkeit benutzen die lizenz von zum beispiel apache open office verbietet es nicht damit erpresser briefe zu schreiben allerdings gibt es andere rechts um die dieses tun sanktionieren würden aber die lizenz jedenfalls nicht das ist immer so ein bisschen ein problem weil es gibt menschen auch wohlmeinende menschen die sagen ja also meine software soll nicht zur kriegsführung eingesetzt werden dürfen und dann sagen wir kannst du reinschreiben in deine lizenz und damit ist die unfrei und dann sagen die aber ich habe es da nur gut gemeint ja sagen wir trotzdem unfrei punkt man darf übrigens auch und das spielt heutzutage auch eine gewisse rolle in manchen proprietären lizenzbedingungen gibt es da ziemliche restriktionen die software auf beliebig vielen computer mit beliebig vielen prozessorkernen und prozessoren installieren nicht man ist also da nicht irgendwie beschränkt da diese software darf nur auf drei prozessorkernen laufen oder so gibt einem also freiheit muss man sich nicht darum kümmern wie viel kerne der computer hat was hat jetzt der anwender noch weiter noch davon interessant ist natürlich auch die freiheit kopien zu fertigen und weiter zu geben wir sind ja alle soziale wesen wie wir gerade hier in der corona epidemie erfahren haben und wir sind eigentlich begierig nach menschlichem kontakt und geschenke erhalten die freundschaft und wenn ich meinem nachbarn helfen kann in dem ich ihm beispielsweise der zum beispiel zwar eine textverarbeitung braucht und ich gebe im apache open office ist das problemlos möglich bei einer proprietären software könnte das unangenehme straf- und zivilrechtliche folgen nach sich ziehen es gab mal einen kollegen von mir auch anwalt ist verstorben hat auch vorher glaube ich seine zulassung eingebüßt der nannte sich ich glaube china und bat dann immer um kopien und ja der hat das dann benutzt um daraus ein geschäftsmodell zu machen was hat der anwender noch davon jetzt gehen wir mal zu sagen wir mal nicht weniger privaten anwendern aber zum beispiel zu schulen unternehmen und behörden die können also bedenkung bedenkenlos ihren schülern oder mitarbeitern also auch den lehrern sagen hier installiert diese software die wir auch in der schule verwenden oder im betrieb verwenden auf eurem rechner zu hause damit ihr so ein bisschen besser damit umgehen lernt und ist überhaupt gar kein problem muss die muss weder die schule noch die börde noch das unternehmen zusätzliche lizenzen für erwerben und die mitarbeiter auch nicht das heißt sie haben die lizenz muss nicht erworben werden sondern sie hatten sie bekommen die lizenz gratis unternehmen und behörden können dann auch nicht nur die lizenz gebühren sparen sondern auch das teilweise recht aufwändige lizenzmanagement wie viele lizenzen von dieser software haben wir gerade im haben wir gerade sozusagen im einsatz und kann dieser mitarbeiter die software noch kriegen oder muss sich dafür die auf einem anderen rechner deinstallieren oder so das ist durchaus ein aufwändiges management wofür es inzwischen auch schon spezial software gibt fürs lizenzmanagement kann man sich bei freier software schlicht und einfach sparen wenn man das programm nicht ändern kann und auch nicht ändern lassen kann was ja für die viele privat anwender die sagen wir mal geeignetere alternative ist natürlich nicht für die zuhörer hier die machen das auch schon selbst nicht dann bleiben die anwender halt vom wohlwollen des anbieters abhängig wenn ich sage ich hätte gern den hintergrund grün und der anbieter sagt ne mal schnitt dann bleibt der hintergrund im in der ursprungsfarbe und wenn ich sage ich hätte gerne diese sicherheitslücke gepatcht und der anbieter sagt ich habe gerade keine zeit dann bleibt die halt offen und wenn man sagt ich habe hier ein tolles feature was ich unbedingt brauche und was mir richtig arbeit sparen wird und der anbieter sagt habe gerade keine entwickler kapazitäten frei oder interessiert mich nicht dann ist auch essig bei freier software braucht man niemanden zu fragen oder gar um erlaubnis zu bitten freie software kann man an die betrieblichen oder auch für den privatanwender an die eigenen bedürfnisse beliebig anpassen es ist auch eins der märchen die gerne über freie software erzählt werden dass man diese software dann sozusagen erstens publizieren müsste und zweitens das auch noch unter einer freien lizenz selbst bei den copy bei den copy left lizenzen also die mit starken copy left ist keiner verpflichtet die software zu publizieren nur wenn er die verbreitet die software dann nur unter den gleichen bedingungen also niemand muss verbreiten niemand muss auch wie schon eben bei dem desident test erklärt niemand muss auch mit dem entwickler irgendwie kontakt aufnehmen sondern nur dann wenn ich die software geändert verbreite und die software unterliegt einem starken copy left dann muss ich die unter den gleichen bedingungen verbreiten mehr ist das nicht das heißt das was ich zu hause mit der software mache ist ausschließlich meine sache und erzeugt keine weiteren pflichten das gilt übrigens auch für unternehmen grundsätzlich soweit es ihre mitarbeiter betrifft die offenheit des quelltextes bedeutet auch sicherheit und zwar erstmal in einer ganz banalen richtung selbst wenn die bisher an der entwicklung eines programms beteiligten diese tätigkeit einstellen die firma die die software entwickelt hat geht pleite oder sie kündigt das produkt ab wie man das so schön nennt beste besteht eine gewisse wahrscheinlichkeit dafür insbesondere wenn die software weiter weiter verbreitet ist dass sich andere finden die die ein weiterentwicklung mal in die hand nehmen und selbst wenn das nicht passiert könnten die anwender die die software im einsatz haben immer noch sich zusammentun und die weiterentwicklung dieser software betreiben das heißt ich habe auch in zeitlicher hinsicht bei freier software eine gewisse sicherheit dass dies dass die software die ich im einsatz habe und die vielleicht unternehmens kritisch ist sozusagen auch weiterentwickelt wird auch gepatcht werden kann und da muss man auch sagen das ist eine ganz praktische sache hinzu kommt noch was wir sich gleich ansprechen werde nämlich auch die sicherheit in der archivierung wir alle wissen seit 1883 das security bei obscurity zu einem verlust der sicherheit führt weil eben nämlich die sicherheitsmethoden nicht von unabhängigen dritten auf ihre wirksamkeit überprüft und unwirksame methoden nicht rechtzeitig verworfen werden können demgegenüber kann natürlich bei freier software funktionsweise und sicherheit durch studium des quell codes jederzeit nachvollzogen und beurteilt und wenn auch nicht wenn nötig auch verbessert werden das einzige was man dann noch machen muss ist gucken ob der ob das was man als binary hat auch tatsächlich aus dem quellcode kompiliert worden ist aber dafür gibt es sogenannte reproducible builds und dann hat man auch diese sicherheit dass alles dass auch das was man an quellcode gelesen hat auch tatsächlich in der software drin ist die man einsetzt und wenn viele kritische blick auf den quellcode geworfen werden können dann können sicherheitslücken auch schnell erkannt und in der regel werden sie auch kurzfristig beseitigt bei freier software was hat der anwender noch davon freie software ist grundsätzlich interoperabel denn freie software implementiert in der regel offene standards das bedeutet ich muss eine uralte software nicht deshalb aufbewahren weil ich zum beispiel den die inhalte die ich mit dieser software erstellt habe beispielsweise dokumente vielleicht in zehn jahren noch lesen können muss oder beispielsweise vom betriebsprüfer des finanzamtes lesen können lassen muss nein es werden offene standards implementiert und ich kann im prinzip die dokumente dann mit jeder software lesen die diesen standard implementiert hat daneben baut natürlich freie software in der regel auf bewährte und gut dokumentierte bausteine auf was mir auch eine gewisse sicherheit im betrieb gibt makro ökonomisch muss man sagen freie software eröffnet chancen für lokale kleine und mittlere unternehmen durch kooperation können kosten gesenkt werden hierdurch wird insgesamt unternehmerische freiheit und sicherheit eröffnet aber auch makro ökonomisch der wettbewerb und der freie markt gefördert es gibt eben eine chancengleichheit für die unternehmen und daher muss man sagen sowohl für den einzelnen als auch für die gesellschaft als auch für die unternehmen als auch für die staatlichen institutionen ist freie software ein essentieller baustein für digitale souveränität von der heute ja so viel gesprochen wird also ohne freie software werden wir die eine souveräne digitalisierung nicht vorantreiben können zum schluss vielen dank noch fragen ich habe zwischendurch auch immer mal wieder in den chat reingeguckt da war auch einiges an reger an reger diskussion und an erfahrungsaustausch also ich denke mal dass das thema durchaus da auch nerv getroffen hat und wir haben im zusammenhang damit vor allem eine frage und das ist wie wichtig ist und war es dass gpl und bsd artige lizenzen koexistieren also besonders das zfs und linux projekt ist da ja ein bekanntes beispiel für ja wobei zfs natürlich eine besondere schwierigkeit ist weil das ist die berühmte cdl aus den guten alten sun zeiten die haben noch mal extra die hat noch mal eigene probleme grundsätzlich ist es kein problem das ist letztlich ein problem der entwickler die nämlich für compliance sorgen müssen und da ist es eben das vorhanden sein von der art vielen lizenzen auch der mit geringen abweichungen im text ein derartiges hindernis und das erfolgte erfordert echten aufwand da compliant wie das so schön auf neudeutsch heißen für den anwender ist das überhaupt gar kein problem der kann die freie software auf seinem laptop jederzeit auch mit selbst mit proprietärer software kombinieren ja in den debian free software guidelines steht auch extra drin es darf nicht ausgeschlossen werden dass freie und proprietäre software auf dem gleichen medium vertrieben wird also für den anwender gar kein problem für die entwickler gibt es eben compliance schwierigkeiten dafür gibt es dann juristen und ich muss sagen es ist nicht mein lieblings metier weil eigentlich ist das so überflüssig wie ein zopf ich glaube es war bruce parents der hat gesagt eigentlich würden uns zwei oder drei lizenzen ausreichen ich bin der meinung eine mit strengen copyleft eine mit einem etwas schwächeren copyleft und eine eine sogenannte copyleft lose lizenz würden uns völlig ausreichen und wenn wir dann auch noch die die kompatibilität haben wie zum beispiel zwischen apache v2 und gpl ja jedenfalls v3 dann kein problem wenn man zum beispiel so eine situation hat wie der linux kernel der eben auf der v2 festgetackert ist gpl v2 festgetackert ist weil es ist unmöglich die lizenz zu ändern weil viele die da beiträge geleistet haben einfach nicht mehr greifbar sind oder man müsste dann was weiß ich die erben fragen oder so weil enorm viele beiträge dazu geleistet worden sind dann ist man in einer nicht ganz so schönen situation deshalb auch meine meine anregung wenn man ein copyleft verwendet stark oder schwach auf jeden fall in die lizenz in den lizenz text reinschreiben dass man sich der weiterentwicklung der lizenz nicht im wege stellen will vielen vielen dank für den sehr ausführlichen talk und auch für die einblicke aus einer juristischen perspektive die leider in der technischen welt oft schwierig ist und ja wir hatten auch im chatting kommentar dass jemand betont hatte dass die copyleft lizenz gpl auch für das open wrt projekt zum beispiel sehr sehr förderlich war weil dadurch viele router hersteller die linux einsetzen auch gezwungen waren ihre veränderungen betriebssystem zu veröffentlichen und so war es überhaupt erst möglich eine freie routersoftware zu bauen das nur so als beispiel aus dem chat jedenfalls bedanke ich mir mich bei dir ganz herzlich für deinen für deine zeit war mir eine freude und ich bedanke mich auch sehr herzlich dafür dass du dir die zeit genommen hast hier vorbeizukommen wie gesagt ich komme gerne zu leuten und halte vorträge und ich wünsche dir noch viel spaß beim restlichen rc3 und ja ansonsten gehe ich davon aus falls noch irgendwelche fragen jetzt offen bleiben sollte sollte dass du auch offen bist die dann über andere kommunikationswege hier natürlich selbstverständlich und jetzt setzen wir unsere masken genau die masken wieder auf damit hier nichts schief geht und ja euch allen da draußen auch viel spaß bei den weiteren vorträgen